Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hans Showdown. Als allererstes diese Runde bitte nicht zu ernst nehmen. Die Tina, der Marc, Acker, Handwerker und ich, wir haben an dem Abend nur Kackrunden gehabt. Wir haben so auf die Fresse bekommen, es war unfassbar. Und dann kam ich auf eine Idee, weil die Stimmung so extrem gedrückt war. Wir sind gekillt worden und dann war tatsächlich zwei, drei Minuten Ruhe. Keiner hat mehr was gesagt im Teams-Week. Und dann habe ich folgende Aussage getroffen. Achtung. Lasst uns ein fröhliches Lied singen. Kannst du ja sonst vorhin stecken, da ein fröhliches Lied. Ja. Und dann kam die folgende Runde. Aber wie schon gesagt, nehmt die Runde bitte nicht zu ernst. Das ist halt, ich verrate nichts, guckt es euch an. Deswegen ist das jetzt auch eine besondere Runde, eine Special-Runde, die hinter eine andere drangehängt wird, beziehungsweise die zweite an einem Tag. Ganz viel Spaß damit. Wird mich trotzdem über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht kommentiert haben, das ist Bullshit, denn ich wollte sagen, abonniert haben. Die lassen mir doch ein Abo da mich sehr freuen. Haut rein. Und wir ein fröhliches Lied singen. Ja, bitte. Ding Dong, die Hex ist tot, die Hex ist tot. Alter, du hast ja ne Stimme wie von den Göttern, ey. Ich höre die Engel hören singen, ey. Ja, die Engel hören singen. Der Clou leuchtet. Alter, er hat eine Stimme wie von Engeln gemacht. Sag dir, ich sterbe nicht. Oh, oh, ich sterbe. Ich blute, ich brauch mal Hilfe. Wo denn? Oben. Hat jetzt? Keinlich. Ja, er stirbt nicht. Ja, er hat von mir auch schon mal eins. Oh, Nate. Oh, nein, Tina. Warum bin ich denn jetzt tot? Unter uns, glaube ich. Ei, ei, ei. Getradet. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, nice. Dann ist nur noch einer. Ne, wir sind mehr. Das ist schon ein neues Team. Das ist schon ein neues Team, ja. Ah, fuck. Tina, du Tina. Ja. Oh, oh, gib ihr Tina-Namen. Ah, schade. What shall we do with a trunk and sailor? What shall we do with a trunk and sailor? What shall we do with a trunk and sailor? In the morning. So eine Scheiße. Aber, Leute, ich hab zwei gekillt. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Und der eine war sogar noch full live. Der zweite jetzt gerade. Ja. Oh, Mann. Ich höre nur, oh, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich stürme rein, dann höre ich nur Kling-Klong für den Thron. Kling-Klong, die Hexe ist tot. Okay, die Runde war so scheiße. Eigentlich müsste ich die hochladen. Machen wir alleine für Kling-Klong, die Hexe ist tot. Du warst noch. Ich kann nicht mehr. Aua. Hast du weh? Also nebenbei, das habe ich noch nie gehört, das Lied. Hast du noch nie, äh, die nackte Kanone gesehen? Doch, aber ich kann mich an das Lied nicht erinnern. Wo Frank Drabben und Jane da im Restaurant sitzen und, äh, sie dann sagt, äh, spiel nochmal unser Lied. Ich muss googeln. Ding-Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist tot. Ding-Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Rote. Spiel, äh, spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon. Oh. Oh. Mann, gut, dass ich schon auf dem Klo sitze, sonst hätte ich mir jetzt wahrscheinlich in eine Hose gesägt, voll Lachen. Dazu brauchen wir lediglich eine geologische Analyse der ganzen Stadt. Vielleicht hat... Äh, nein, das andere. Ich sehe Sternchen, das ist kein Witz, voll Lachen. Mir ist schon ganz schlecht. Alter, hier laufen die Tränen. Oh. Oh Gott. Ich... Das läuft immer noch. Oh, ich kann nie mehr. Die hat das Grunzen aber gut jetzt. Oh Gott. Ich hab keine Luft mehr gekriegt. Ich wär bald erstickt. Ich kann nie mehr. Oh Gott. Ich kannte die Szene so gar nicht mehr. Ich auch nicht. Mir tropfen die Tränen von der Nase, als wenn ich voll den Heulkrampf hätte. Und ich hab kein Sternchen gesehen, weil ich keine Luft gekriegt hab. Ach du Scheiße. Komm Jan, mach's einfach. Lad die Runde hoch. Scheiß egal. Mein Segen hast du... Hör mal auf jetzt. Reicht jetzt? Hör mal auf zu lachen. Ich hab ja noch nicht mal einen Gegner gesehen, als die Granate kam. Alter Schwede, ey. Ohne Scheiß. Kling-Klong und dann war Kling-Klong und dann kam die Granate daneben, ja. Oh Gott. Ey, wir müssen das noch ein bisschen in die Länge ziehen, damit die Leute denken, das gibt ne geile Runde. Ich hab schon überlegt, ich wollte schon Truck and Sailor singen und auf einmal fingst du an mit deiner Engelsstimme. Das ist ja unfassbar. Engelsstimme, sagt er. Ach du Scheiße, die ist ja wie von Engeln gemacht, ey. Ding Dong, die Hex ist tot.